Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Warships, euer Ranko auf Ranko.rp Und wie ihr seht, heute nehme ich ja auf am 22. am Montag mit Die deutschen Schlachtschiffe sind draußen und guckt euch das mal an, Kaiser, Kaiser, König, Kaiser Kaiser, also wir sehen schon, hier sind ziemlich viele gute Schlachtschiffe Das heißt ziemlich viele gute, es sind jetzt viele Schlachtschiffe unterwegs Ist ja auch Standard, ne? Ist ja gerade neu draußen Guckt euch das mal an, ey Irgendwas hier los ist Na super, das wollte ich zwar nicht, ich wollte eigentlich P drücken, damit die Flakbewaffnung nicht schießt Aber ist ja auch egal Hä? Nebelwand gelegt Was ist jetzt los? Wir nehmen Kurs auf diesen Flottenverband Gleichweite Kilometer sind Sieben Man will es wie die U-Bootfahrer Das ist doch die Idiothek Und auf diesen Flottenverband und auf dem Cuidonverband Ein Bild biet jawohl rudelkonvoiangriff so ich glaube damit haben wir unsere Schuldigkeit erstmal mehr als genug getan Kaisers geht unter ne aber die haben wir nicht getroffen also die haben wir schon getroffen aber jetzt kommen wir von der seite obwohl da ist schon die mini katze sind auch schon ein paar torpedos schön auf die jagen entdeckt von was oh fuck breffen wir nicht mehr oi 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 bremsen uuuu hier die kaisers soll auch bald geschichte sein da brauchen wir nicht mehr mitwirken großartig ihr könnt mal sehen was mein angriff da gebracht hat größtenteils der war nicht schlecht also 37.000 damage wie die auseinandergetrieben worden sind das schon nicht zu verachten das war dann wie so ein torpedos wie so ein bus angriff am besten kann man das vergleichen die sind schön konvoi gefahren ok wir müssen abdrehen genau deswegen die andere kaiser wird dort hinten auch schön stark unter beschuss genommen na wir kommen ja schon ich habe mir schon klar dass er wieder da fällt so jetzt kommen wir aber aber schon schneller wir müssen abdrehen oh der wäre da richtig hart reingefahren glaube ich ich würde sagen haben wir erfolgreich bekämpft das gegnerische team dann ist noch die letzte furutaga die ist auch gleich weg also war echt episch von uns ne also dass wir hier so lang gefahren sind und dann dass wir hier durchgekommen sind dass wir hier schon alle von woher gefahren sind das war schon war schon nicht schlecht ja haben wir schon gewonnen nice würde ich sagen so gut gelaufen oder was bis zum nächsten mal euer remco auf remco.rp tschau tschau tschüssi wir können ja mal gucken wie wir so getroffen haben wir sind so die team wertung wie was hier nur so ja gut ich habe nichts zerstört ich habe nur groß schaden ausgezahlt oh hier die kaiser hier haben wir ordentlich getroffen drei torpedotreffer wassereinbrüche läuft würde ich sagen bis zum nächsten mal euer remco auf remco.rp tschau tschau tschau